Bei der Polenrundfahrt kam es gestern Nachmittag zu einem Horrorunfall. Fabio Jakobsen knallte mit 80 Stundenkilometer in eine Absperrung, liegt jetzt noch immer im Koma. Horrorkrash bei der Zielankunft der ersten Etappe der Polenrundfahrt. Der Holländer Dylan Grönewegen dringelt sein Landsmann Fabio Jakobsen im Schlusssprint zur Seite. Dieser knallt in die Metallabsperrung an der Ziellinie und bleibt schwer verletzt liegen. Auch andere Fahrer kommen hierbei zu Fall. Jakobsen wird noch vor Ort behandelt, dann per Helikopter ins Krankenhaus gebracht und ins künstliche Koma versetzt. Rennärztin Dr. Barbara Jeschina bestätigt später im TV-Sender Pulsat den kritischen Zustand. Ein gebrochener Gaumen erschwert das Intubieren. Unfallverursacher Grönewegen wird nachträglich disqualifiziert, Jakobsen zum Sieger erklärt. Mittlerweile hat der Weltverband UCI weitere Maßnahmen gegen Grönewegen eingeleitet. Jakobsens Teamchef Patrick Lefeffer twitterte, das war ein krimineller Akt von Grönewegen. Er gehört dafür in den Knast, dafür würde ich vor Gericht ziehen. Am Morgen danach, sagt Renndirektor Czeslav Lang, befindet sich Jakobsen in einem ernsten, aber stabilen Zustand. Mir nun zugeschaltet der ehemalige deutsche Radrennfahrer Marseille Kittel. Herr Kittel, was haben Sie als allererstes gedacht, als Sie diesen Horrorsturz gesehen haben? Boah, ich habe Gänsehaut bekommen. Also so einen Sturz, den habe ich vorher noch nicht gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Die Brutalität, mit der Fabio dort auch in die Bande gekracht ist, also das ist unvorstellbar. Also ich versuche das mir selber auch noch als Sprinter immer irgendwie vor Augen zu führen, wie krass das sein muss, mit über 80 oder um die 80 kmh dort in die Bande zu knallen, innerhalb von drei Metern auf 0 kmh zu bremsen. Und ja, als Zuschauer habe ich einfach nur gedacht, ich hoffe, dass es ihm gut geht und allen anderen, die auch gestürzt sind. Sie kennen die Zielanfahrt dort. Was macht diese so gefährlich? Ja, der Trick dort als Rennfahrer, aus Rennfahrer Sicht, ist einfach mit der Geschwindigkeit auch am Ende zu spielen, die richtige Position zu halten. Der Unterschied wird dort nicht gemacht mit dem eigenen Tempo der eigenen Beine, sondern man muss mit einer cleveren Position im richtigen Moment nach vorne fahren und dann das Tempo eben zum Ziel auch halten können. Und das ist ganz, ganz tricky. Und das hohe Tempo macht es eben auch sehr schwer, diesen Moment zu erwischen und auch überhaupt auf andere Reaktionen, anderer Fahrer auch noch schnell und entsprechend reagieren zu können. Und deswegen, ja, konnte Fabio auch gestern in dem Szenario dann nicht mehr viel machen, als er auf der rechten Seite dort dann in die Bande gekracht ist. Ja, die hohe Geschwindigkeit macht es, wie man jetzt leider auch gesehen hat, sehr gefährlich. Wie sehr fährt denn die Angst auch immer mit, wenn man bei so einem Zielsprint ist? Ja, ich glaube, man muss schon sich auch bewusst sein, dass die Rennfahrer auch selber wissen, welcher Gefahr sich in einem gewissen Rahmen auch aussetzen. Ich glaube, die Sprinter, die jetzt auch lange genug dabei sind, die kennen das, die sind sich dem bewusst, die erklären das für sich auch zu einer gewissen Normalität. Aber sowas, was gestern eben auch passiert ist, der Sturz, die Heftigkeit, das ist wie ein Wake-up-Call für alle. Auch dahingehend, sich nochmal bewusst zu werden, wie gefährlich der Sport selber ist. Radsport ist nun mal gefährlich. Es ist eine der gefährlichsten Sportarten, die man machen kann. Und schwere Verletzungen passieren, leider. Und ich glaube, da muss man sich bewusst sein. Jetzt haben wir gerade in dem Beitrag schon relativ klare Worte auch in Richtung Grönewegen gehört. In Ihren Augen, wer war schuld an diesem Unfall? Und vor allem muss Grönewegen jetzt dafür bestraft werden? Ja, die Frage kommt natürlich jetzt sehr, sehr schnell auf. Und man muss, glaube ich, ganz klar ins Reglement schauen, was dort geschrieben ist. Und da gibt es zwei Punkte, die relevant sind für gestern. Das eine ist der generelle Punkt, dass man einfach Rücksicht auch haben muss auf seine Rennfahrerkollegen, auch in einem Szenario wie dem Sprint, wo es doch hoch hergeht. Da sind auch teilweise Hitzköpfe dabei natürlich, die sich durchsetzen wollen, die gewinnen wollen, gerade nach so einer langen Durststrecke, wo es keine Rennen gab jetzt durch die Corona-Krise. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, der es auch ganz klar in einen ganz klaren Rahmen steckt, ist, dass der Rennfahrer, der Sprinter selber im Finale nicht mehr von seiner Fahrlinie abweichen darf. Und das ist meiner Meinung nach passiert gestern mit Dylan Kronewegen, der dort aus Fahrerperspektive nach rechts zieht, an die Bande dort den Weg zumacht für Jakobsen und der dann bei 80 kmh kaum noch eine Chance hat zu reagieren. Dazu kommt noch einfach die Reaktion mit dem Ellenbogen. Das macht es unmöglich für einen Rennfahrer, dort noch was zu machen. Vielen Dank, Marcel Kittel, für Ihre Einschätzung und Analyse. Dankeschön.